Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um eines der wichtigsten Bauteile in der Raumfahrt, Reaktionsräder. Viel Spaß! Reaktionsräder, gerade die Kerbal Space Program-Spieler und euch, werden die Dinger kennen und lieben. Auch wenn sie für das Spiel etwas mächtiger gemacht sind als in der Wirklichkeit. An Raumschiffen spielen sie in der wahren Welt eigentlich keine Rolle. Dafür umso mehr an Raumstationen, Satelliten und Forschungssonden. Aber eins nach dem anderen. In meinem ISS-Reboost-Video von letzter Woche, das total gut bei euch angekommen ist, gab es sehr viele Kommentare zu den Reaktionsrädern. Daher erzähle ich dir heute, wie Reaktionsräder funktionieren, warum die Reaktionsräder an der ISS besonders sind und ich zeige dir, wie du dir ganz einfach selbst ein Reaktionsrad bauen kannst. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonniere doch gerne meinen Kanal. Denn hier gibt es ja jede Woche neue Videos über Weltraumtechnik, Raumfahrt-News, Talks, Interviews und Live-Raketen-Starts. Aber zum Thema der heutigen Folge. Wieder so eine Folge, die ich schon ganz lange machen wollte. Denn ganz viele Satelliten, Sonden und Weltraumteleskope nutzen sehr erfolgreiche Reaktionsräder. Reaktionsräder. Ohne diese Technik müsste die Lebensdauer der meisten Missionen extrem verkürzt werden. Ja und für was brauche ich Reaktionsräder? Ganz typischer Anwendungsfall, Weltraumteleskope wie das Hubble. Mit denen möchte ich ja in viele unterschiedliche Richtungen schauen, um möglichst in alle Winkel des Universums schauen zu können. Das heißt, ich muss die Ausrichtung des Teleskops um alle drei Raumachsen extrem genau steuern können. Und ich möchte dafür am besten keinen Treibstoff verwenden, wenn überhaupt noch welcher verfügbar ist. Aber was sind Reaktionsräder? Ja, vereinfacht gesprochen scheibenförmige Schwungmassen. Mit diesen Schwungmassen kann ich einen Drehmoment um den Massenschwerpunkt meines Weltraumteleskops erzeugen. Ich habe also trotz Schwerelosigkeit etwas, gegen das ich mich abstoßen kann. Und da muss man jetzt ganz genau aufpassen. Du weißt ja als regelmäßiger Senkrechtstarter-Konsument, dass Raketen durch das Rauswerfen von Masse funktionieren. Wenn ich jetzt in meinem Raumschiff Masse wegwerfe, wird sie das Raumschiff ja nicht verlassen und so kann ich nicht für Vortrieb sorgen. Also einfach die Astronauten in der Raumstation Squash spielen lassen, macht die Raumstation nicht schneller. Es ist mir also nicht möglich, die Geschwindigkeit entlang der drei Raumachsen des Systems nur durch das Aufbringen von Kräften innerhalb des Raumschiffs zu verändern. Die Rotation hingegen, die kann ich sehr wohl ändern. Unser Raumschiff kann nicht nur in allen drei Raumachsen verschoben werden, es kann sich auch um alle drei Raumachsen drehen. Ohne zu weit auf die Formel dahinter einzugehen, ein Raumschiff rotiert um seinen Massenschwerpunkt. Das heißt, wenn ich, wie in dem letzten ISS-Video, Triebwerke, deren Wirklinien nicht durch den Massenschwerpunkt geht, zünde, versetze ich das Raumschiff hauptsächlich in eine Drehung. Durch die Kraft des Triebwerks und dem Hebel zum Massenschwerpunkt erzeuge ich einen Drehmoment. Damit ich eine Masse in Drehung in Rotation versetzen kann, brauche ich einen Drehmoment. Und da sind wir am Knackpunkt. Dieses Drehmoment ist der Drehrichtung der Masse entgegengesetzt, aber vom Betrag gleich. Beispiel Kinderspielplatzkarussell. Du willst deinen kleinen Bruder zum Kotzen bringen und dazu willst du natürlich das Karussell möglichst schnell drehen. Du stemmst dich in den Sand, schubst das Karussell an. Wenn du das Karussell anhalten willst, dann musst du dich in der anderen Richtung gegen den Sand stemmen, um den Drehimpuls des Karussells zu ändern oder sogar ganz abzubremsen. Und das Gleiche machen wir jetzt in unserem Raumschiff. Wir fliegen das Kinderkarussell in den Weltraum und wenn wir es jetzt in Drehung versetzen wollen, muss sich unser Astronaut an der Raumstation abdrücken, um eine Kraft aufbringen zu können. Da das Raumschiff aber in der Schwerelosigkeit nichts am Drehen hindert, wird das Raumschiff damit beginnen, sich in entgegengesetzter Richtung zu drehen. Das kannst du auch zu Hause ausprobieren. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist ein Fahrradlaufrad und ein Bürostuhl. Du kannst die Achse festhalten und das Laufrad frei drehen. Je schneller, umso besser. Wenn du jetzt mit den Händen versuchst, die Achse zu verdrehen, merkst du, dass das viel schwieriger ist, als wenn das Rad still steht. Dieser Effekt heißt Drallstabilisierung und den macht man sich zum Beispiel in mechanischen Gyroskopen und künstlichen Horizonten zunutze. Aber bevor ich da weiter abschweife, wenn du dich jetzt mit dem Laufrad auf einen Drehstuhl setzt und das Laufrad schnell andrehst, kannst du deine Drehung auf dem Stuhl steuern, ohne den Boden zu berühren. Das geht hier gerade nicht so gut. Das liegt unter anderem an dem schwergängigen Lager meines Stuhls und an diesem super leichten Laufrad. Magst du nicht glauben, aber ich war mal ein ganz passabler Radfahrer. Als ich in der Vorbereitung der Episode das Experiment meiner Lebensgefährtin vorgeführt habe und meinte, ja, es liegt an dem ultraleichten Laufrad, meinte sie, naja, es würde vielleicht auch besser funktionieren, wenn die Raumstation auf dem Bürostuhl weniger Masse hätte. Hier bei dem Experiment hat der Bürostuhl ja jetzt den Freiheitsgrad mit der Hochachse vorgegeben. Aber ich denke, du kannst dir vorstellen, dass das in der Schwerelosigkeit auch um drei Achsen geht. Wenn ich mein Weltraumteleskop um drei Raumachsen ausrichten möchte, brauche ich dann drei Laufräder, drei Spielplatzkarussells oder eben drei sündhaft teure, extrem effektive Spezialschwungräder. Wobei es eigentlich immer vier oder mehr sind, damit man welche in Reserve hat. Hubble zum Beispiel hat sechs Reaktionsräder. Ja, eigentlich könnte man jetzt hier Schluss machen. Im Prinzip ist das schon alles, was du darüber wissen musst, wie Reaktionsräder funktionieren. Ja, stimmt nicht so ganz. Wenn du das Ganze pimpen möchtest, ist noch gut zu wissen, dass die Energie in dem drehenden Karussell von drei Dingen abhängt. Das wäre die Drehgeschwindigkeit oder Drehzahl. Ja, logisch, es ist wie am Spielplatz. Es ist schwieriger, das schnell drehende Karussell anzuhalten, als das langsame. Dann von der Masse. Das kennst du auch vom Spielplatz. Das ist einfacher, das Karussell zu drehen, wenn es leer ist, als wenn da jemand drin sitzt. Und drittens tatsächlich auch von dem Ort der Masse. Es macht einen Unterschied, ob du ganz nah an der Drehachse sitzt oder ob du ganz außen sitzt. Ja, einfaches Experiment. Nimm einen Besenstiel und dreh ihn um die Längsachse. Oder versuche ihn Bruce Lee-Style-mäßig quer zur Längsachse zu drehen. Das ist um die Längsachse deutlich einfacher. Wer macht sich das zunutze? Genau, die Eiskunstläuferin, wenn sie Pirouetten dreht. Langsame Drehung, Arme außen. Drehung wird schneller durch das Einziehen der Arme. Analog zur ISS. Es ist relativ schwierig, die ISS in Drehung zu versetzen, weil sie so weit ausladend ist. Aber auch die 440 Tonnen sind nicht zu verachten. Das hat den Vorteil, dass nicht jeder Pups die Station direkt in schnelle Rotation versetzt. Bevor wir uns anschauen, wann und warum die ISS falsch herumfliegt, ich habe mir für euch eine Senkrechtstarter-Sommerkollektion ausgedacht. Es gibt jetzt auf euren Wunsch hin Senkrechtstarter-Polo-Shirts mit Sticklogo und vieles, vieles mehr. Wenn du genauso wie ich davon überzeugt bist, dass die Raumfahrt das Thema der nächsten Jahre wird und du für unseren Apollo-Moment noch das fassende Outfit suchst, in unserem Community-Shop Wearspace wirst du fündig. Ich habe auch eine Osteraktion eingerichtet. Bis zum 1. Mai bekommst du bei einem Warenwert von 75 Euro, neben den Versandkosten, eine Senkrechtstarter-Hitzeschildtasse geschenkt. Dazu musst du einfach nur deinem Warenkorb von 75 Euro die Tasse hinzufügen und wenn du zur Kasse gehst, wird dir der Preis der Tasse nachträglich gut geschrieben. Aber zurück zu den Schwungrädern. Großer Vorteil dieser Schwungräder im Weltraum besteht darin, dass man sie elektrisch betreiben kann. Die meisten Satelliten und Sonden haben Solarpaneele, die meistens für frische Energie sorgen können, wogegen Treibstoff irgendwann halt alle ist. Weil Treibstoff oft ein limitierender Faktor für die Missionsdauer ist, haben eigentlich alle Satelliten und Sonden Schwungräder zur Ausrichtung und machen das nicht ausschließlich mit Steuerdiesen wie Raumschiff zum Beispiel. Weil Treibstoff oft ein limitierender Faktor für die Missionsdauer ist, haben eigentlich alle Satelliten und Sonden Schwungräder zur Ausrichtung und machen das nicht ausschließlich mit Steuerdiesen wie Raumschiffe zum Beispiel. Warum sind Reaktionsräder an Raumschiffen nicht unbedingt sinnvoll? Ja, weil die Missionsdauer so kurz ist und Reaktionsräder zusätzliches Gewicht mitbringen. Das muss man ja erstmal an Treibstoff einsparen können, damit sie sich lohnen. Okay, also man kann mit drei Schwungrädern, deren Drehachse im besten Fall durch den Schwerpunkt geht, einen Satelliten oder eine Raumstation um alle drei Raumachsen ausrichten, ohne Treibstoff zu verwenden. Ganz ohne geht es oft nicht. Und hier kommen wir zur Entsättigung von Schwungrädern. Theoretisch müssten die Schwungräder ja mit relativ gemächlicher Drehzahl drehen, die im Verhältnis steht zur Rotation des Satelliten. Ja, theoretisch, wenn der Satellit sich nicht mehr dreht, dürfte sich ja auch der Schwungrat nicht mehr drehen. Aber die Welt ist nicht theoretisch und so gibt es neben Verlusten viele Störgrößen, die den Satelliten drehen, ohne dass dazu eine Gegenreaktion auf das Schwungrat wirkt. Das führt dann über die Zeit dazu, dass die Drehzahl der Schwungräder immer schneller wird. Wenn man dann an die zulässige Maximaldrehzahl kommt, ist das Schwungrat gesättigt und ich brauche Triebwerke, gegen die ich das Schwungrat abbremsen kann. Tatsächlich kann man auch andere Momente nutzen, um die Schwungräder zu entsättigen. Witzigerweise zum Beispiel genau die Störgrößen, wie Sonnenwind oder atmosphärischer Druck, die vorher zum Sättigen der Schwungräder geführt haben. Ich muss die Momente halt genau genug kennen. Das hat man sich tatsächlich bei Sonden zunutze gemacht, deren Schwungräder ausgefallen sind. Prominentes Beispiel ist das Weltraumteleskop Kepler, das sich nach dem Ausfall von zwei seiner vier Schwungräder gegen den Sonnenwind stabilisiert hat. Warum die Schwungräder wahrscheinlich ausgefallen sind und warum man das Problem auf der Erde beim Testen nicht entdeckt hat, dazu hat Scott Manley ein super Video gemacht. Das verlinke ich euch hier. Unter dem letzten Video gab es ein paar pfiffige Kommentare von euch. Euch war aufgefallen, dass ich gesagt habe, dass die Schwungmassen an der ISS mit konstanter Geschwindigkeit drehen. Bei allem, was ich bisher erzählt habe, kann das ja eigentlich nicht stimmen, oder? Habe ich einen Fehler gemacht und es ist die Maximaldrehzahl gemeint, bei der sie entsättigt werden müssen? Ja, es gibt tatsächlich eine weitere Bauart von Reaktionsrädern. Eigentlich könntest du mit dem bisherigen Wissen aus diesem Video selbst drauf kommen. Mach gern Pause und denk hier kurz drüber nach, wie diese Variante mit der konstanten Drehzahl funktionieren könnte. Lösung gefunden? Ja? Nein? Ich kann so, wie ich es mit dem Fahrradlaufrad gemacht habe, einfach die Schwungmasse drehen lassen und dann die Achse der Schwungmasse bewegen und dadurch einen Gegenmoment erzeugen, was dann natürlich die Achse der Schwungmasse verkippt. Und genau so funktionieren im Prinzip Momentenkreisel oder auf Englisch CMGs für Control Moment Gyroscopes. Die Schwungmassen drehen mit konstanter Geschwindigkeit und durch eine kardanische Aufhängung kann ich um zwei Achsen einen Gegenmoment erzeugen. Das bedeutet auch, dass ich mit einem CMG alleine nicht statisch bestimmt ausrichten kann. Da wir ja drei Freiheitsgrade haben. Ich brauche also mindestens noch ein weiteres. Ja prima, wenn die immer mit gleicher Drehzahl drehen, dann können die ja anscheinend nicht übersättigen. Ah, das mit der Drehzahl, das stimmt zwar, aber hier habe ich ein anderes Problem. CMGs, also Control Moment Gyroscopes, sind ab dem Punkt nutzlos, wenn alle Drehachsen der Schwungmassen parallel liegen. Da ich mich ja von der Schwungmasse abstoße, wird diese entgegensetzt verdreht. Habe ich mehrere CMGs und deren Achsen liegen parallel, kann ich um diese Achse dann keinen Moment mehr aufbringen. Aber auch hier kann man das Problem durch externe Momente wie Steuerdüsen lösen. Mit CMGs kann man übrigens sehr große Stellkräfte bei relativ kleinen Massen realisieren. Das führt auch dazu, dass ich CMGs viel energieeffizienter betreiben kann als einfache starre Reaktionsräder. Dafür sind CMGs im Aufbau komplizierter und bieten mit ihrer Mechanik mehr Möglichkeiten für Defekte. An der ISS sind in den ersten Betriebsjahren zum Beispiel die CMGs ausgefallen oder einige. Ich hoffe, du hast das Video heute unbeschadet überstanden. Ich bedanke mich fürs Reinschalten, danke an Johanna und Thorsten fürs Korrekturlesen des Skripts. Wie immer geht hier ein ganz besonderer Dank an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanal-Mitgliedschaft unterstützen. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja die Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Vielen Dank, Hashtag Team Space. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verfassen möchtest, abonnier gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche neue Videos von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.